ja hallo liebe leute von der tv youtube ja hier habe ich mal was kreiert das habe ich genannt schöne berger allerlei das ist da drin ist apfel hennewurst dunkle wurst bisschen käse dann ein bisschen zucker drauf und als sahnweibchen noch nur ich hoffe das schmeckt gut am tipp